Ich darf Sie recht herzlich hier am Vortrag zum Allerke-Wernerhausen für Standorten und Fahrzeugsignung der Freizeit Feuerwehr Neustadt begrüßen. Wolfgang Müller und Prof. Hansl, die Feuerwehr Lanz, den Vorsitzenden Markus Dürblich und Kommandanten Gerhard Kraus. Die einzige Fahne hat seit 1969 im Juni bis 48 Jahre alt, als das 100-jährige Gründungsfest stattgefahren. Die Feuerwehr Neustadt bei heutigen Feindlichkeiten begeistert. Musik 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 Ich liebe Feuerwehrfarten, das wir heute in Dienst stellen. In der Gefahr trage es dazu bei, die zerstörerische Gefahr des Feuers zu brechen, unkürt von Naturkapazitäten in Fahrten zu werden und bei Unfällen Hilfe zu leisten. Musik 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 Wir haben einen sehr beeindruckt und das bringt alles zum Fahrrad nach drei neuen Fahrzeugen angenommen worden und das ist heute einfach in der Eingang. Ein Grußwort für die Beziehung, die Übergabe eines Feuerwehrfahrzeuges abzuhalten, ist eines der schönsten Momente, die man sich als Bürgermeister vorstellen kann. Ich mache das auch gerne im Namen von unseren Feuerwehrunternehmen von Franz Witt. Und passt auf, lasst den heiligen Florian Holger Wittheimer, damit sie selber einen Schutz haben. Vielen Dank! Ja, sehr geehrte Ehregeste, liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, ich darf mich bei Ihnen allen ganz recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute am Muttertag mit uns diese Feierstunde zu begehen. Ich hoffe, dass Sie sich solche Themen wieder erschießen können. Vielen Dank.